hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video aus den neuen amazing sound studios aus der alten burg grünsberg die unter anderem neben viel anderen in unserer regie natürlich auch eine neue beleuchtung bekommen hat und genau darum soll es in diesem video gehen nämlich beleuchtung im studio ja ist der igel jetzt und die lichttechnikerin ja zwangsläufig weil ich habe mir so ein bisschen überlegen müssen was ich hier mache und diese überlegungen möchte ich sehr sehr gerne mit euch teilen und auch für euren hörraum zu hause kann das vielleicht auch interessant sein weil wir das verrate ich schon mal wirklich paar interessante aspekte beleuchten werden wer hätte es gedacht ganz klasse und möchte auch mich ganz herzlich bedanken beim lieben freund klaus der wirklich ein toller lichttechniker ist lange am theater gearbeitet der mir ganz ganz wertvolle tipps gegeben hat für beleuchtung im studio worum geht es natürlich wir wollen was sehen klar das ist aber nicht alles sondern wir wollen vor allem auch uns wohl fühlen und wir wollen ergonomisch sein da gehört die beleuchtung definitiv dazu und wir wollen effektiv arbeiten und auch da gehört die beleuchtung ganz ganz sicher ins kalkül gezogen ich meine niemand hat was davon wenn jetzt die beleuchtung sie zum beispiel im monitorspiegel nicht mehr ablesen kann das natürlich der worst case aber auch sonst müssen wir uns darüber im klaren sein dass farbtemperaturen von lichtern beispielsweise auch auswirkungen auf unser befinden haben und zwar nicht nur auf unser wohlbefinden so ist es zum beispiel so dass kaltes licht euch eigentlich wach macht und wach hält und die konzentration fördert während warmes licht beruhigt in einer studiesituation kann das natürlich beides sinnvoll sein je nachdem wie ich gerade drauf bin ob ich mixing ob ich mastering mache wenn ich sage ich möchte inspiriert in der schönen stimmung sein dann möchte ich vielleicht ein eher warmes licht ein eher gedimmtes licht haben nach acht stunden mixing session wenn es mir dann die augen zuzieht kann es sinnvoll sein dass man einfach das ding mal ein bisschen heller macht um sich ja wach zu halten da ist es also wirklich sinnvoll dass man vielleicht sogar wechselnde lichtstimmungen irgendwie fahren kann und wir zeigen euch auch wie man das relativ einfach realisieren kann wir schauen uns mal natürlich in so einem video verschiedene lichttechnologien an wobei so viele sind sie nicht mehr es gibt und ich habe mich da mal mit einem audiokollegen unterhalten der sich sehr viel mit strom und solchen geschichten auseinandergesetzt hat das einzige wenn du wirklich high end machen möchtest das einzige was du unter audio technischen gesichtspunkten machen kannst ist eine glühbirne und glühbirnen gibt es heute praktisch nicht mehr das ist also einigermaßen schwierig dann gibt es halogenlampen die gibt es noch die kann man noch benutzen die haben einen nachteil sind erstens vergleichsweise verschleißanfälliger muss sie relativ häufig tauschen und sie sind natürlich auch unfassbar energie ineffizient die sind also wirklich werden sehr heiß und haben eine sehr schlechte aus bei der für das was sie an strom verbrauchen und dann das ist natürlich heutzutage so gut wie immer das mittel der wahl ist die led technik die wir hier auch zum größten teil haben und das ist natürlich die geschichte die eine unfassbare energieeffizienz haben und auch sehr sehr schön regelbar sind die haben aber audio technisch sind die nicht so ganz unproblematisch da kommen wir aber später auch noch mal drauf was damit auf sich hat es gibt eine vorschrift auch tatsächlich für arbeitsumgebungen das ist der sogenannte r a wert das ist der farbwiedergabe index der geht irgendwie bis 100 und für arbeitsumgebungen wird quasi empfohlen ein r a wert von mindestens 80 zu haben das ist dann eben auch ein relativ helles relativ weißes licht was die farben sehr natürlich wiedergibt ihr könnt euch daran halten macht in einer arbeitsumgebung bestimmt sinn ihr könnt aber auch nicht tun wer könnte wie gesagt machen was ihr wollt was wir hier realisiert haben und was genau dem entgegenkommt dass man sagt man möchte je nach stimmung je nach anwendungszweck vielleicht auch mit mal die möglichkeit haben die geschichte relativ einfach flexibel zu gestalten wir haben hier auf smart licht zurück zurückgegriffen und zwar in dem fall auf das system von philips philips hue nennt sich dieses ding und das ist tatsächlich eine geschichte dass wir hier ganz ganz viele led spots haben und diese led spots die lassen sich regeln und zwar natürlich in helligkeit und in farbtemperatur die können also wirklich kalt weiß machen die können aber auch ein sehr sehr warmes weiß machen was schon fast in richtung gelb geht und das kann man stufenlos regeln und das interessante an der ganzen geschichte ist man kann das über funk regeln die funk verbindung läuft in diesem fall über den sogenannten sigby standard das ist eine ähnliche geschichte läuft glaube ich im zwei gigahertz bereich und ist so ähnlich wie bluetooth und andere ist aber ein protokoll was eben speziell für solche mediensteuerungen entwickelt worden ist und das interessante daran ist dass das ganze als mesh netzwerk arbeitet das heißt jede glühbirne funktioniert sowohl als sender als auch als empfänger das bedeutet sie empfängt von einem in dem fall von einer sogenannten hue bridge empfängt sie ein signal und sendet es an leitere birnen weiter so dass ich eine sehr sehr große reichweite bekomme und die einfach sehr schön untereinander steuern kann wie funktioniert das dann das ganz einfach so dass jede von diesen birnen hat eine eigene adresse wenn die u bridge die alle erkannt hat dann kann ich mir die angucken da gibt es verschiedene programme das kann ich mir auf dem pc machen so machen wie es hier oder ich kann sie mir über aufs handy holen und so weiter wichtig ist dass diese u bridge eben in ein wlan netzwerk eingebunden ist so dass ihr mit einem mobilgerät auf diese ganze geschichte zugreifen könnt und dann könnt ihr euch wirklich szenen bauen könnte geschichten dimmen können sie individuell in der farbtemperatur regeln und es gibt natürlich auch scheinwerfer die ihr in verschiedene farben ja realisieren könnt das also wirklich eine ganz ganz feine geschichte und sehr energieeffizient also wunderbare tolle welt muss ich aber gleich auch noch eine warnung loswerden weil wir sind ja jetzt menschen oder besonders ich mit meinem studio der wirklich vor allem auf audioqualität achtet und wir haben ja auch schon mehrfach festgestellt dass strom durchaus einen massiven einfluss auf die audioqualität haben kann und jetzt ist natürlich so dass diese led lampen sehr sehr wenig strom brauchen aber man muss sich auch mal vorstellen eine u lampe eine smart lampe die hat ja nicht nur eine led drin sondern die hat auch eine elektronik drin die hat eine funkelektronik drin die hat einen funkempfänger drin die hat auch irgendwie ein prozessor drin der das alles umsetzt das bedeutet das ist eine lampe die auf jeden fall mit niedervolt arbeitet sie hängt aber am 230 volt netz das bedeutet diese lampe hat ein netzteil drin und aufgrund der größe kann das nur ein schaltnetzteil sein und schaltnetzteile sind ja bekannt dafür dass sie einfach hochfrequente taktungen ins stromnetz einspeisen und wir reden jetzt nicht von einem schaltnetzteil sondern bei uns im neuen studio sind es jetzt wirklich 28 u leuchten die hier drin sind das heißt 28 mal schaltnetzteil und das ist so der punkt wo ich dann so langsam anfange um meinen audio strom angst zu haben deswegen sucht euch jemanden der sich da auskennt man kann das filtern es gibt da spezielle kabel dafür die man einsetzen kann die sowas bedämpfen können als verantwortlicher youtuber gebe ich ganz bewusst keine tipps für strom verkabelungen ich sage nur ich empfehle euch sucht euch jemand der sich damit auskennt uns zum beispiel wir machen das auch für andere wir machen das für andere studios wir achten auf diese problematik und gucken dass wir wirklich diese tollen technologien so in den griff kriegen dass euch auch euer audio nicht davon gestört wird ich kenne ganz viele menschen die machen es einfach so und sind sich über die problematik nicht bewusst rate ich dazu seid euch darüber bewusst sonst legt ihr euch da wirklich potenziell das ein oder andere audio ein mit der ganzen geschichte ja vielleicht hat es von euch auch jemand schon mal ausprobiert wie das ist wir haben tatsächlich jetzt nicht das experiment gemacht mit oder ohne filterung dieses studio zu betreiben sondern wir haben unsere aufwendige installation hier tatsächlich von vornherein so gemacht dass wir alle maßnahmen ergriffen haben wie man dieses zeugs filtern kann und gehen davon aus dass bei uns jetzt auch alles wunderschön funktioniert ja in diesem sinne ich bin gespannt wie immer wie ihr das seht und hoffe wie immer dass ihr uns treu bleibt und dass ihr uns vielleicht auch mit der ein oder anderen anregung erleuchten könnt bis zum nächsten mal sound file